Der Mensch hat zwei Beine und zwei Überzeugungen. Eine, wenn's ihm gut geht und eine, wenn's ihm schlecht geht. Die letztere heißt Religion. Jeeeh! 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 Nun liest da, du kleine Kröte, siehst aus wie ne gebarte Maus. Na lass mal doch, der olle Jöte, der sah als Kind nicht schöner aus. Und sieh mal, hast ja richtig Haare, die hat ihr Mutter mit dir je. Na Mensch, das ist ne wunderbare und liebe Frau, nur etwas unbequem. Es wird bei einem Happy End im Film gewöhnlich abgeblend. Man sieht bloß noch in ihren Lippen den Helm, seinen Schnurrbart schnippen. Da hat sie nun den Gentleman, na und denn, na und denn. Nachher erlittst du den Verfluchten, Hunger der einen und der blonden Fantasie. Man möchte immer eine große Lange und dann bekommt man einen kleinen Zelladie. Alle Welt sucht. Hans sucht Grete. Freunde verraten ihre Freunde, während sie suchen. Das vom Sessel herabrutschende Geldstück und das vom Himmel herabstürzende Flugzeug suchen die Erde. Such, such, suche immer nach dem Geld, dann kommt es an. Such, such, such es auf der ganzen Welt, denk immer dran. Krieche ihm nach, leck auf seine Spur, sei nicht schwach. Krieche ihm nach, verdienen, 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 verdienen. Es gibt Karrieren, die gehen durch den Hintern. Die Leute kriechen bei die Vorgesetzten Rind. Da ist es warm, da können sie über den Tanten, da bleiben sie dann herbei, der drin. Die denken, die kein Neid, wer hat, wer hat. Dann kommen sie raus, dann sind sie plötzlich satt. Er hat das Ding hier schon, nur sitzt der Ehe da oben. Die schwarz-weiße Katze hat eine Maus gefangen. Sie ist noch springende Bände, sie muss sie eben erst gefangen haben. Die Katze hat Hunger, sie wird sie sich erst fressen. Die Katze lässt die Maus laufen. Die Maus blitzt, wie von einer Schnur getogen davon. Die Katze wird einem genau abgeschöpften Sprung nach. Sie hält sie mit der Spitze der ausgeschreckten Pfote fest. Die Maus zappelt. Die Pfote hebt sich und die Maus stört. Sie darf stürzen, ja, das ist gerade zuvor gesehen. Ihr müsst sie lieb und nett behandeln. Erschreckt sie nicht. Sie sind so zart. Ihr müsst mit Palmen sie umwandeln. Ihr treu dich ihrer Eigenart. Pfalzt eurem Hunde, wenn er sie anknäppt. Küst die Faschisten, küst die Faschisten, wo ihr sie dreht. Wenn sie in ihren Sinnen hetzen, sagt ja und armen, aber gern. Hier habt ihr mich, schlagt mich in Fetzen und prügelnd sie, so lobt den Herrn. Werde ich sterben können? Manchmal fürchte ich, ich werde es nicht können. Da denke ich so, wie wirst du dich dabei aufführen? Wenn einer tot ist, wird's denn schreck. Dann denkst du, ich bin da und der ist weg. Und aus dem Kern kommt dein Freund in Schmied. Dann stirbst ein kleines Stegel mit. Kennen Sie das Hotelgefühl? Sie sitzen zu Hause, das Zimmer ist kühl, der Tee ist warm. Die Reihen der Bücher schimmern natt. Das sind Ihre Leigentücher, Ihre Tassen, Ihre Kronen. Sie wissen genau, dass Sie hier wohnen. Da sind Ihre Kinder, Ihr Mann, der Gute und plötzlich ist Ihnen so fremd zu mir drin. Das gehört ja alles gar nicht mehr. Ich bin nur ein Vorübergehendchen. Schließen wir den kleinen Kompromiss. Davon hat man keine Kümmerlisten. Einerseits und andererseits. So ein Ding hat manchen Reiz. Seiner Freund in Deutschland ist gewiss. Schließen wir den kleinen Kompromiss. Und durch Deutschland geht ein tiefer Riss. Dafür gibt es keinen Kompromiss. Wu, 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 wu. Applaus Vielen Dank.